Stop the car. We're taking a boat. We're taking a boat. We're taking a boat. Go to the boat. Eskalation. So, hier sind wir wieder. Tatsächlich gibt es keinen Ausgang. Ich habe jetzt einfach mal den Spielstand neu geladen. Und guck jetzt mal ob wir hier irgendwie darunter gehen können, damit ich wenigstens beim nächsten Mal weiß, wie es hier wo es hier lang geht und wo man da rauskommt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch gesucht, aber nicht gefunden. Nicht gefunden. Hier oben. Hier oben geht's raus. Du willst mich doch verarschen. Oh mein Gott. Scheiße. Okay, gut. Jetzt wissen wir es zumindest. Da kommen wir dann beim nächsten Mal zumindest raus. Das ist schon ziemlich peinlich. Aber okay. Wir gucken mal was wir so machen können. Wir können zum Beispiel... Ne, das haben wir schon mal gemacht irgendwie. Gehen mal da hin. Wir machen mal diesmal ein bisschen was anderes. Ich habe ja gesagt, ich tue erstmal die ganzen Missionen durchmachen. Aber... Ich habe jetzt gerade eine Woche was anderes. Verstehst du? Verstehst du, ne? Verstehst? 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 Oh, wir werden angerufen. Achso, das ist wieder eine Hood und Under Attack. Aber da können wir jetzt... Doch, wir müssen da hin. Sonst sieht es dann ganz schlecht für uns aus. Hier, hier hin müssen wir. So, komm. So, da wollen wir hin. Lass uns bitte durch. Und wir gehen dann danach auf jeden Fall dahin. Wenn ich es nicht vergesse. Was durchaus, äh, möglich ist. Bin nicht der, der immer an alles denkt. Aber auch nicht der, der alles vergisst. Okay. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen, was aussieht. So, die Gang Lieutenants müssen wir umbringen. Dann haben wir unsere Hood wieder. Was zur Hölle, wie kann der mich denn in der Fahrt anhalten? Ist schon ein bisschen dumm manchmal, muss ich sagen. Aber gut. Was schießt denn hier auf mich, ja? Habt ihr Probleme oder was? Next Lieutenant, Leute. Next, Next Lieutenant. Holen wir uns jetzt mal. Was ist du denn für ein Mongo, Alter? So, aussteigen. Dann können wir uns mal rausgepackt halten. So, zack. Feuerwehrmann. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Jetzt gibt's aber mal Tiere. Ends aufs Maul, ja. Steht da das? Fuck you. So, wir brauchen sowieso noch ein Auto. Alter. Alter. Also manchmal frage ich mich echt, wie dieses, diese Steuerung, ja? So, komm her. Oh, fuck. Jetzt wird's ganz mies. Jetzt wird's ganz mies, jetzt wird's ganz mies. Jetzt wird's ganz mies. Oh. 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 Ah, ich weiß nicht, wie ich esse. Ich muss nicht mal nachgucken müssen. War ich zu faul dazu. Ne, hab ich vergessen. Oh, mal leid. Schon wieder was. Ich bin nur hochgesprungen. Was soll denn das? Er trifft mich da gar nicht. Ey, komm. Ey, guck, die sind hier zu viert und kriegen den verdammten Rücken. So, komm, unsere Hood. Ähm. So, und jetzt wollen wir hier hingehen, ne? So, jetzt haben wir Zeit. Jetzt können wir das Ganze machen. Jetzt geht's los. Der hat einen Schickboot, ne? Ich hatte, dass man sich keine Kleidung von anderen nehmen kann. Das wäre auch ein geiles Feature. So wie bei Hitman, ne? Wenn man sich von kleiden. Hitman! Mit seinem neuen Hitman. So. Fuck, ich bin... Falsch gefahren, ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Wer es kennt von... I. 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 da so ich will ich will ich will die eigentlich ich möchte bitte bleibt hier ich möchte dieses auto kennen wir das ist sowieso ich hab mich nicht mehr so viel zu tun das wir hier von der gma probleme kriegen das muss ich nicht drüber reden ich glaube die probleme der mühl der haut sich jetzt nichts gerne mit her also ziemlich geil so ich mach ihm nichts aber rechts boah geiler Drift jetzt nochmal guck mal noch mal ein businessman mitgenommen der wollte mitgenommen werden guck mal guck mal guck mal guck mal Burn out oh yeah so nächste Sammeldie Mission sorry girl no self-respecting brother plays hacky set why you got the cheerleader calling the shots and not me right here Pierce I put you in charge of the Ronin what more do you want I can do more to help do you know how the sons of some do you still moving product after we torch their farm and drug labs no then shut the fuck up why you gotta be like that I'm just saying don't bitch unless you got a solution um guys my solution is to do more than wait around for one of the 600 guys Shonda used to fuck to give us a call there's a bunch of helicopters jumping cargo over zombie territory how the hell you know that gotta be fucking kidding me gotta be fucking kidding me I'll tell you what if you want to watch me blow up some helicopters you're more than welcome haha geil ja aber das Auto haben wir da gar nicht ach so der fährt uns okay No I'm serious I'm always on time I always listen I always pay attention Pierce Helikopters I know we're looking for Helikopters I told you I got this Now Pierce the goddamn Helikopters are here Shit tío Dbbe Did I get the WWE wea ... fucks nah fucks Where the hell... Ach hier haben wir eins Oh Gott Wir haben das nicht gleich in die Hand gegeben Ich hab's ein bisschen verkackt, ne? Nochmal Ich wusste ja nicht, dass ich hier die Waffe hab Komm, Frau, los Ich will das nicht nochmal hören Ich höre immer, ich höre immer, ich fahre immer Ja, Helikopter Ich weiß, wir suchen Helikopter, ich hab dir gesagt, ich habe das Jetzt, hier sind die verdammten Helikopter, die hier sind Scheiße Ah, okay, das geht eindeutig einfacher als ich dachte Ah, das Auto ist ziemlich geil Was machst du denn? Wo ist der nächste Heli? Jetzt wollen wir nochmal den Gernschraub Achtung und drehen Yeah, was für eine Actionkern, Alter So, da ist der nächste Nicht ganz einfach Wieso haben die sechs Helikopter? Was ist das verdammte Magazin so klein? Ja, muss ich auch mal wissen, bitte Nachladen Hier, Mensch, was geht denn los? Wird schon chillt, Alter Aufbauunfall Scheiße Aber unser Auto ist noch ganz Zum Glück Ach, hier haben wir ja ein bisschen was angezündigt, ja Oh nein, wir haben jetzt wieder High von dem Zeug Natürlich Wie ist du denn? Mund halten, Alter Das ist doch nur die Polizei hinter uns her Komm schon Komm schon mal eine kleine Stadtrundfahrt hier Oh Alter, wo bleibt denn der nächste Heli? Das ist eine falsche Stabilität Scheiße, sie fliegen über das Wasser Stopp das Auto Wir nehmen ein Boot 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 Gehen zum Boot Stecken wir mal Alter Was bist du denn? Ich habe jetzt gar keine Zeit für dich Ach so, der ist ja Das ist klar Ja Das ist echt nicht sehr einfach der Heli Das ist echt nicht Ja, okay So Bin mal gespannt So, jetzt müssen wir bestimmt wieder zwei über dem Wasser Und dann müssen wir noch in den Ansatzgefährd ansteigen In den anderen Helikopter Können wir ja so gut fliegen Haben wir ja schon mal gezeigt Schöne entspannte Sehweise Okay, wir landen nach Na komm, also, das war ja jetzt Wow, war das schwierig Tu mal was trinken nebenbei In der Mission geht es ja In der Mission geht es ja Geh zurück an Land War mir fast klar Wo sollen wir denn jetzt aussteigen? Ach so Ja Logisch Wir könnten uns jetzt ein neues Auto kaufen Aber da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf Müssen wir hier rein? Oh, hier ist ein Helikopter Wie geil der mitsingt! Nice! Oh, hier ist es! What the hell are we listening to? What the hell are we listening to? ha 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 nächster helikopter los die musik ist nicht so doll ach da ist er ja wow das ist schwierig oh das ist cool der hat dem gerade das ohr abgeschnitten mit also dafür dass man bis zur nächsten folge bis dahin tschüss das ist das ist